Das Wetter macht einen Teil des Schreckens und der Schönheit des Landes aus. Es ändert sich permanent, als würde man einen Lichtschalter umstellen. Es kann wunderschön sein und zehn Minuten später stecken sie im Schneesturm. Man fährt bei Sonnenschein los und plötzlich sieht man überhaupt nichts mehr. Ich habe Glück gehabt. Ich hatte nie einen Autounfall, bei dem ich verletzt wurde. Bin auch nie von der Straße gefegt worden, wie das vielen Leuten passiert. Das sind ja unglaubliche Böen. Das hat sich wie vieles in Island verändert. Der Wind ist nicht mehr so schlimm wie in den 80ern. Ich weiß nicht, ob das mit der Klimaerwärmung zusammenhängt, aber das Wetter ist viel besser geworden. Vor allem im Sommer. Bloß, für mich hat das Land dadurch einen Reiz verloren. Ich habe Zeiten erlebt, wo man praktisch nichts sehen konnte. Fast immer eine Wolke auf der Landschaft saß. Wenn es sich dann nur ein bisschen gelichtet hatte, dachte man, Oh! Immer nur ein Stückchen von der Landschaft zu sehen, fand ich enorm reizvoll. Ich war an einem Ort, der mir total vertraut war, hatte aber keine Ahnung, wie das ganze Bild aussah. An Fotoinstallationen mag ich, wobei meine Fotografien sicherlich davon beeinflusst sind, dass ich Bildhauerin bin, also unmittelbar mit der Materie arbeite, dass man es mit dem Bild zu tun hat. Dem Gegenteil, der eigentlichen Materie. Denn hier arbeitet man mit etwas, das man von der eigentlichen Materie abziehen kann. Und trotzdem hat man sie vor sich. Die Idee, das Bild in die beschriebene Unmittelbarkeit einzubringen, war ein Aspekt dessen, was ich hinterfragte. You are the weather. Eine fotografische Runduminstallation hat eine eindeutige Verbindung zur Architektur, da sie sich über alle vier Wände erstreckt. Beim Betreten des Raums ist man von beinahe 100 Bildern umgeben, die zusammen das Porträt einer Person ergeben. Einer Person, die immer eine Vielheit ist. Eine Masse an Bildern, die über einen kommt und geht wie die Flut. Die Beziehung des Betrachters zum Porträt ist ausgesprochen erotisch, da es Augenkontakt gibt und Vieldeutigkeit. Ich finde, diese Vieldeutigkeit hat vor allem mit dem Betrachter zu tun. Es geht darum, was er vom Gegenüber im Bild erwartet. Wo immer heißes Wasser sprudelt, gibt es ein Schwimmbad. Oft ohne, dass da auch nur ein Dorf ist. Bescheidene Betonbecken, wer will, kann einfach anhalten und schwimmen. Das hat was. Heißes Wasser in einer kalten Umgebung. Ich habe da ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz empfunden, wie ich es bis dahin nie erlebt hatte. Ich bin keine sportliche Schwimmerin. Es geht mehr ums Erlebnis. Jedes Bad hat eine starke Persönlichkeit. Zum Beispiel das Lauga in den Westfjords. Das liebe ich. Der Hausmeister hat mir erzählt, es sei das größte Gebäude in der Gegend. Darum würden sie es als Community Center nützen. An Wochenenden und Feiertagen lassen sie das Wasser raus und nutzen das Becken als Tanzsaal. Ein typischer Fall von isländischer Improvisation. Dieses unglaubliche Schwimmbad in der Nähe vom Vulkan Heckler. Dort wurde ein Damm errichtet und mit dem übrigen Zement ein Pool für die Arbeiter gebaut. Mitten in dieser schwarzen Wüste. Als ich mit dem Zelt unterwegs war, bin ich dort immer reingegangen. Da war kein Mensch. Das Schwimmbad hatte eigentlich dauernd geschlossen. Ich bin über den Zaun gestiegen und kam mir vor wie im Himmel. Über Island wird immer wieder diese Geschichte erzählt, dass es sehr viele Kirchen gibt, aber nicht viel Religion. Ehrfurcht gibt es allerdings eine Menge, da die Landschaft so ehrfurchtsgebietend ist. Nicht nur, was ihre Monumentalität betrifft. Es ist eher so, dass man sich häufig in Situationen wiederfindet und nicht weiß, ob es sich um eine menschengemachte Verrücktheit, einen Scherz oder ein zweckgerichtetes architektonisches Element handelt. Genau genommen ist alles organisch, was mich wirklich beeindruckt. Islands Geologie spielt sich häufig an einem solchen vieldeutigen Ort ab. Ich bin kein sentimentaler Mensch, aber wenn ich einen wichtigen spirituellen Einfluss benennen sollte, wäre das Island. Nachdem ich in einer sehr dysfunktionalen Familie aufgewachsen bin, habe ich in Island gelernt, die Natur zu betrachten, und zwar so, dass ich mich selber sehen konnte. Mir hat es gefallen, wie die Leute einander behandeln, dieses Gefühl von Menschlichkeit. Ich glaube, es ist kein Ort, an dem ich gern groß geworden wäre, weil jeder jeden kennt. Die Fähigkeit, einfach nur in Island zu sein und sonst nichts, ist an sich eine Errungenschaft. Bei meinem ersten Besuch war Island für mich noch eine Fantasie, immer noch so unbekannt. Alle diese überwältigenden Dinge, und es gibt viele davon, wurden einzeln wahrnehmbar. Ich habe Monate gebraucht, um hinter diese Oberfläche des Spektakulären und die Postkartenansichten zu schauen. Ich hatte das Gefühl, Zeuge einer langwierigen, kriminellen Handlung zu sein. Aber es war eben das Bild, auf das ich beschränkt war, da ich Island noch nicht kannte. Es war offenkundig, dass die Fotografie meinem Interesse in die Quere kommen würde und dass ich sowieso nicht die Bilder würde machen können, die ich mir vorstellte. Ich verstaute meine Ausrüstung in einem Schließfach des Busbahnhofs in Reykjavik und machte mich vier Monate lang auf den Weg. Das war 1979. Erst 1988 wagte ich mich in Island wieder mit einer Kamera hinaus. Ich habe mich nie als Fotografin gesehen. Cindy Sherman ist beispielsweise eine Fotografin. Ihre Erfindung sind die Fotografien an sich. Jedes Foto ist ein vielschichtiges Bild wie ein Spiegelkabinett, das uns über seinen Ursprung täuscht. In meinen Büchern hat die Fotografie mit Information zu tun und es geht darum, die Natur Islands spürbar zu machen. Für mich ist das Buch als Form und als Mittel Hauptgegenstand meiner Arbeit. Die Fotografien spielen eine unterstützende Rolle. Das Buch ist eine besondere Art der Ansprache. Von großer Bedeutung ist, dass es sich um eine intime Form handelt, da es meistens eine einzelne Person für sich alleine anspricht. Mir fällt kein anderes Medium ein, das auf so grundsätzliche Weise privat ist. Und außerdem muss die Person im Austausch aktiv werden. Es geht nicht nur darum, ein bestimmtes Buch aufzufinden oder ihm zu begegnen. Es will konsumiert werden. In diesem Sinne wählt sich das Buch sein Publikum. Birger Hallgrimson, geboren 1935, pensionierter Arbeiter, Fischer und Bauer. Hier unten an der Küste ist das Wetter häufig gut. Auch wenn es in den Bergen da oben stürmt und regnet, ist es hier unten trocken. Sogar Helgerfell, den man von der Stadt aussieht, ist von Regenwolken eingehüllt, aber gutes Wetter ist eine relative Sache. Es ist abhängig von der Arbeit, die man tut und ob man am Morgen mit dem linken Bein aufgestanden ist oder nicht. Heutzutage ist es mir egal, weil ich das Wetter ohnehin nur noch durch das Fenster sehe. Aber ich freue mich über schönes Wetter, wie heute Morgen zum Beispiel. Der Himmel war so klar und schön zum Sonnenaufgang. Alle diese Farben, während die Sonne allmählich aufging, und dann war sie da. Es war herrlich. Ich habe oft die Nordlichter bestaunt, das mag ich sehr. Vielleicht beobachtet man das Wetter intensiver und denkt mehr darüber nach, wenn man älter wird, da man ja viel Zeit hat. Als ich jung war, gab es nur Schnee und blockierte Straßen, viel mehr als jetzt. Es hat seit 1995, als die Lawinen in den Westfjorden runtergingen, eigentlich nicht mehr richtig geschneit. Und mittlerweile ist es, als hätten wir keinen Frühling mehr. Das ganze Frühjahr über ist es saukalt. Seit meinem Uni-Abschluss habe ich beinahe täglich gezeichnet. Es war immer eine lohnenswerte Aufgabe für mich, egal ob es eine gute oder schlechte Zeichnung war. Die meisten Zeichnungen habe ich verworfen. Es war die Beschäftigung, die zählte und das dann diese Idee auf alles andere abfärbte. Zeichnungen spielen bei Fotoarbeiten, in der Skulptur, beim Filmemachen und beim Schreiben eine Rolle. Insofern hat es eine wesentliche Bedeutung in meiner Beziehung zu mir selbst eingenommen. Im Rahmen meiner Arbeit im Atelier hat die Zeichnung eine große Bedeutung. Ich würde sagen, es ist die einzige Form, die ich im Visuellen beginne, bei der ich im Visuellen bleibe und die ich im Visuellen beende. Gewöhnlich hänge ich die Zeichnungen in irgendeiner Entwicklungsphase auf, und betrachte sie aus dem Augenwinkel, während ich dabei an völlig anderen Projekten arbeite. Ich benutze einfache Zitate, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Es gibt keine Verbindung. Ich habe von Richard Serra schon früh viel über Titel gelernt. Sie können sehr vertraut wirken und diese große Wirkung entfalten, und trotzdem haben sie nichts mit der Arbeit zu tun. Das ist okay. Man kann sie einfach lesen, und vielleicht bescheren sie einem einen guten Moment, oder? So bin ich jedenfalls mit der Betitelung meiner Arbeiten bislang vorgegangen. Es geht eigentlich darum, etwas Schönes teilen zu wollen. Ein Zitat lässt sich nur schwer teilen, da der Kontext auf die Arbeit abfärbt und sie verändert. Das heißt, ein Titel steht, wenn man akzeptiert, dass er mit der Arbeit nichts zu tun hat, nur für sich. Und dann ist sie der perfekte Ort, um ihn zu benutzen. Meinen Sie damit, was Kunst für den Künstler sein soll, oder bezogen auf sein Publikum? Ich bin nicht sicher, dass es dasselbe wäre. Für mich ist sie jedenfalls alles, von Provokation bis zu Bildung, Erkenntnisgewinn über Leben, Unterhaltung und Vergnügen. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich in etwas anderem gut wäre. In meinem Kopf ist sehr viel Platz. Sie könnten mich in einen Raum sperren, behaupte ich, und ich hätte kein Problem damit. Denn ich kann mir immer die Zeit vertreiben und mich mit mir selbst beschäftigen. Die Kunst ist für mich eine wunderbare Antwort auf die Frage, wie ich Zeugnis meiner selbst ablegen und gleichzeitig Zeuge von etwas sein kann. Künstlerin zu sein, hat für mich auch viel damit zu tun, Zeugin zu sein.